Herzlich willkommen bei der MBG Wohnungsgenossenschaft. Ich bin Maxi, Ihre Ansprechpartnerin rund um das Thema Wohnen. Heute zeige ich Ihnen eine Dreiraum-Musterwohnung in Magdeburg. Unsere Beispielwohnung befindet sich im Objekt Ringforter Weg 5 bis 13. Die Wohnungsgröße beträgt ca. 70 Quadratmeter. Diese Wohnung ist mit einem Westbalkon ausgestattet. Hier sehen Sie ein von der aktuell sechs Bodenbelegen. Des Weiteren variieren unsere Wohnungen in der Ausstattung des Badezimmers zwischen Dusche und Badewanne. Darüber hinaus haben wir verschiedene Fliesendekore für die Bäder und die Fliesenspiegel in der Küche. Übrigens gehört zu jeder Wohnung ein eigener Keller und die vielfältigen Serviceangebote der MBG. Sie haben Maxi, mal das Interesse? Melden Sie sich gern bei uns. Alle Kontaktdaten finden Sie in dieser Wohnungsanzeige.